Irgendwas ist doch immer. Ja, wird es als Abstimmung wieder bei Instagram geben. Die letzten Abstimmungen sind ja nicht so gut für mich gelaufen. Ich habe übrigens das Gefühl, du stimmst mit unserem Account immer für dich, Arte. Ehrlich gesagt ist mir das einmal passiert. Das ist nicht nur einmal passiert, habe ich das Gefühl. Doch, natürlich. Das liegt einfach daran, ich habe die größere Fanbase und meine Witze sind einfach besser. Ich glaube, du hast tatsächlich die größere Fanbase, aber nicht die besseren Witze. Ach so, muss ich mal drüber nachdenken. Ja, so haltest du auch. Gut, aber heute ist es vorbei mit Beschiss. Wenn du wieder den Witzbattle gewinnst, dann geht da irgendwas nicht mit dem rechten Ding zu. Nein. Also das tut es jetzt schon nicht. Mehr dazu erfahrt ihr in der 27. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Das ist nur noch eine Frage. Untertitelung des ZDF, 2020